Hallo, mein Name ist Daniel Sirka, ich bin Zahntechnikermeister aus Köln und ich würde euch gerne heute unsere Software OLEP vorführen. Wir starten hier direkt auf der Oberfläche von der Software und legen jetzt am besten erstmal gemeinsam einen Auftrag an, der uns im Labor erreicht. Dafür klicken wir auf die zweite Schaltfläche, neuer Auftrag. Hier haben wir eine Auswahl, also wir können natürlich auch ganz herkömmliche Aufträge erfassen, wo ein ganz normaler Auftragszettel ausgefüllt wurde. Wir können aber auch den QR-Code-Eingang nutzen. Hierfür stattet ihr eure Kunden mit einem, ich sag mal, Gegenstück zur OLEP aus, einem Auftragszettel, der am PC ausgefüllt werden kann. Und dieser erzeugt so einen Auftragszettel mit einem QR-Code. Diesen legt ihr unter die Dokumentenkamera und in dem QR-Code stecken alle Informationen und dementsprechend werden die Felder in dem Arbeitseingang gleich für euch ausgefüllt, inklusive aller Daten, XML-Nummer, also alles, was in der Praxis letztlich hinterlegt wurde. Das einzige, was ihr noch machen müsst, wäre eine Kategorie ergänzen und wenn ihr möchtet, könntet ihr auch jetzt schon eine Abrechnung anfügen. OLEP ist mit einer Vielzahl von Abrechnungssoftware kompatibel und die Arbeit, die ihr hier erledigen könnt, wird dann entsprechend am Ende im Büro in die Abrechnungssoftware übertragen. Also zum Beispiel würde ich jetzt mal schauen, was ich hier für ein Abrechnungs-Jumbo habe. Nehmen wir jetzt einfach den hier und die Mengen lasse ich jetzt auch einfach mal so, wie sie sind. So, das Ganze speichern wir. Wir können ein Schalenetikett ausdrucken. Hier sind so die wichtigsten Informationen drauf, wie Kunde, Patient und auch der Termin. Wir können für die Dokumentation, und das ist ja jetzt auch schon ein ganz wesentlicher Punkt der MDR, Fotos machen, zum Beispiel vom Auftragszettel. Das ist halt schon alleine so sehr hilfreich, dass man dann den Auftrag nicht mehr suchen muss, um den Zettel oder den Auftragszettel lesen zu können. Wir können die Arbeitsunterlagen fotografieren. Hier sind auch immer, ja, je mehr Fotos man macht, desto besser. Das ist immer sehr hilfreich. Und das Schalenetikett können wir noch vorne auf die Arbeitsschale aufkleben. Okay, damit ist der Auftrag im System eingepflegt. Wir finden den Auftrag unter dem 19., denn da muss die Arbeit das Haus verlassen. Wenn wir jetzt in den Auftrag reinschauen, sehen wir hier die Fotos auf der rechten Seite, können natürlich jederzeit neue Fotos dem Auftrag hinzufügen. Wir würden auch 3D-Daten sehen können, das kann ich euch gleich noch anhand eines anderen Auftrages zeigen. Wir können Telefonnotizen hinterlegen, also das ist auch alles Dokumentation und Archivierung von allen Arbeitsunterlagen. Und wir sehen unter dem Punkt Abrechnung, alle Leistungspositionen, hier können sich Techniker eintragen, das geht auch mobil an der App, das können wir gleich noch machen. Und wir können auch Chargen einscannen. Das mit dem Chargen-Scan würde ich euch tatsächlich am besten wahrscheinlich auf dem Tablet zeigen. Hierfür starte ich die App einmal neu. Genau, also so startet die App. Ihr könnt euch hier mit einem Benutzer anmelden, also vielleicht eurer Technikernummer und seid dann an dem Gerät registriert. Und jetzt könntet ihr einfach hergehen und eine Charge einscannen, also so ein H-E-B-C-Code von der Unterseite von so einem Keramiktöpfchen zum Beispiel. So, das geht natürlich mit mehreren Massen gleich hintereinander. Und zum Schluss scannt ihr einfach noch den Auftrag, den ihr vor euch habt, wo ihr die Chargen hinzufügen wollt. So, dann gehen wir noch auf Speichern und damit ist das Ganze erledigt. Bei der Tablet-Variante, genauso wie auch natürlich eine Desktop-Variante, können wir jetzt den Auftrag aufrufen, zum Beispiel über den Namen. Und können dann unter dem Punkt Abrechnung unsere Technikernummer ergänzen, an den Stellen, wo wir eine Leistungsposition erbracht haben. Das Ganze dann abspeichern. Und wir können auch sehen, ganz unten haben wir die Materialscans. Wir können auch mit der Tablet-Kamera Fotos hinzufügen, wir können Zahnfarbzeichnungen machen, wenn Patienten ins Labor kommen, wenn wir solche Zeichnungen speichern. Okay, dann wechseln wir wieder zur Desktop-Version. Und genau, hier im Fall hat sich das entsprechend alles synchronisiert, also wir arbeiten in einer Datenbank. Auch hier sind dann die Technikernummern eingetragen und die Scans von den Materialien, die jetzt rückverfolgbar sind. Wir können auch hier in der Software, wenn wir mögen, einen Materialnachweis erzeugen. Dieser sieht dann zum Beispiel so aus. Das ist aber eine Druckansicht, die wir noch frei bearbeiten können. Wenn wir Bilder über Messenger zugeschickt bekommen, zum Beispiel WhatsApp, Telegram oder Streamer, können wir diese Fotos oder auch Videos oder Sprachnachrichten auch in unserem Auftrag archivieren. Das Ganze würde ich euch am Beispiel von Streamer zeigen. Hier melde ich mich an und zum Beispiel bekomme ich eine Situationsaufnahme vom Patienten. Zum Beispiel so was. Und das könnten wir dann entsprechend runterladen und hier in dem Auftrag archivieren. Ich kann aber auch dem Behandler ein Foto von uns schicken oder zum Beispiel aus dem Arbeitseingang ein Foto. Ich könnte ihm aber auch gleich, warum auch immer, den Materialnachweis als PDF-Datei aufs Handy schicken. Datenschutz ist natürlich da ein Thema, aber grundsätzlich ist es technisch auf jeden Fall alles möglich. Wir haben viele Schnittstellen zu Cut & Come Software. In dem Auftrag, den ich hier in der Tagesübersicht habe, hätte ich mal einen Musterfall angelegt, zum Beispiel für eine Aufbissschiene. Da habe ich auch 3D-Daten eingefügt. Also wir können 3D-Daten hier drin verwalten, zum Beispiel von der konstruierten Aufbissschiene, die ist hier drin archiviert. Oder auch der Intraoral-Scan ist hier in der Software direkt archiviert. Und ich kann auch über den Button Inhouse-Fertigung diese Daten direkt an entsprechende Softwarelösungen weitergeben. Zum Beispiel den Intraoral-Scan könnte ich an die BIS-Software oder an die R2-Software weitergeben, um einen Abformlöffel oder ein Modell zu designen. Die Aufbissschiene könnte ich gleich an einen Drucker oder eine Fräs-Software weitergeben. Und für die Konstruktion könnte ich das Ganze an Exocut oder 3Shap weitergeben. Also so verbindet OLAP dann all eure verschiedenen Softwarelösungen, die sich bei euch im Labor befinden. Risikomanagement ist noch ein wichtiges Thema zum Abschluss. Wir haben den Risikomanager in OLAP integriert. Hier findet ihr in der Risikomanagement-Akte alle wichtigen Dokumente, die ihr ausfüllen müsst. Das ist aber weitestgehend schon erledigt. Ihr müsst lediglich hier eine verantwortliche Person eintragen, die Firma anwählen. Das ist natürlich hier aus euren Stammdaten übernommen. Und dann die entsprechenden Dokumente ausdrucken. Wenn euch da irgendwas nicht gefallen sollte, könnt ihr die aber auch noch umgestalten. Alle zwei Jahre muss ein Sicherheitsbericht erstellt werden. Hier hilft OLAP auch, dem Nutzer das möglichst leicht zu machen. Ihr müsst euch hier nur durch dieses Formular arbeiten. Die Felder sind so ausgefüllt, als wären keine besonderen Vorkommnisse. Also das sollte eigentlich dem Regelfall entsprechen. Die Reklamationen und Kulanzen werden aus der Datenbank von OLAP übernommen. Das müsst ihr sozusagen dann auch nicht mehr ausfüllen. Das wird alles automatisch für euch in den Sicherheitsbericht eingefügt. Den müsst ihr dann auch nur alle zwei Jahre entsprechend speichern oder drucken, wie ihr das auch gerne hättet. Risikobewertungen haben wir für euch vorbereitet. Die könnt ihr individualisieren oder auch neue hinzufügen oder auch welche löschen, die euch nicht passen. Und diese Risikobewertungen kann man auch bei den Patientenfällen tatsächlich hinterlegen. Also zum Beispiel nehmen wir nochmal unsere Arbeit von vorhin, die Frontzahnkronen. Wenn ich hier zum Beispiel, wenn die Arbeit dann abgeschlossen ist, eine Meldung bekomme von der Zahnarztpraxis, kann ich unter dem Punkt Meldungen sagen, was war das für eine Meldung. Positiv oder negativ ist ja auch wichtig fürs QM, nicht nur fürs Risikomanagement, aber es war eine negative Meldung. Und in diesem Beispiel könnte man zum Beispiel sagen, die Keramik ist abgeplatzt. So, die Ursache ist vielleicht zu dem jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Meldung kam aus der Praxis. Ich könnte gleich eine Korrekturanweisung an einen Techniker weitergeben. Und eventuell auch den Schaden dokumentieren, wenn ich die Arbeit schon zurückbekommen habe. Diese Meldungen fließen alle in den Risikomanager ein und werden hier zusammengefasst. Ihr könnt euch hier Listen zusammenstellen. Was war diese Woche so an negativen Meldungen oder positiven Meldungen? Das kann zum Beispiel die Grundlage für eine Teamsitzung sein. Ich hoffe, dieser kurze Einblick in OLAP hat euch gefallen. OLAP hat noch sehr, sehr viele Funktionen, auch viele kleine Funktionen, die den Alltag erleichtern sollen. Am besten informiert ihr euch bei uns auf der Website. Da haben wir auch nochmal eine ganze Menge Videos hochgeladen. Und auch gerne informieren wir euch natürlich auch in einem persönlichen Gespräch. Also, ich würde mich freuen, von euch zu hören und bis bald.